Ein bisschen was zu sagen. Ich habe eigentlich zu viel nachgedacht und zu viel aufgeschrieben, aber ich glaube, die Runde verzeiht mir einfach, ein bisschen einen kleinen Rückblick zu geben an ein ganz besonderer vielleicht, einfach weil Büsschen und ich uns ganz lange kennen. Ich komme nur auf 17 Jahre, also nicht ganz 25 und insofern einfach, sei es mir erlaubt, ein bisschen rückzublicken. Lieber Hüseyin, liebe Barbara, liebes Felspa-Team, liebe Gäste, auch wenn es schon eine Weile her ist, so kann ich mich doch sehr gut an unser erstes Treffen mit Hüseyin in Berlin am Savinieplatz erinnern. Ich suchte nämlich eine Empfehlung für einen Change-Management-Berater oder Kollegen, der Organisationsexperte oder Entwickler ist, mit Wurzeln in der Türkei und am besten auch Ahnung vom deutschen Kontext hat. Dass es am Ende ein Berliner, beziehungsweise nein, ein Wuppertaler, und darauf komme ich später vielleicht nochmal darauf zurück, sein würde, war ein wahres Glück. Wir schreiben das Jahr 2002, oder ich bin mal nicht ganz sicher, ihr habt nochmal zurückgehört, es war dunkel, wo wir uns getroffen haben, vielleicht war es auch Ende 2001, jedenfalls in Berlin. Und es ging um die Türkei, wie schwer zu deuten ist, denke ich, und da habe ich eine Verantwortung übernommen in einer Fabrik in Tscherkeskö, also Tscherkeskö, Kö ist das Dorf, relativ im Landesinneren auf der europäischen Seite. Ein Unternehmen, beziehungsweise eine Fabrik, der damals BSHG, also Bosch und Siemens Hausgeräte, hieß das Unternehmen damals, heute die BSH. Und wir hatten die Aufgabe, ein bisschen und ich, oder meine Aufgabe war es, einen Teamworkshop zu organisieren. Das Ziel, hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber das Ziel war, die beiden Stühle vor dem Tisch des türkischen Chefs, also die Stühle waren so ein bisschen tiefer, und dann gab es einen großen Schreibtisch, und dahinter saß der türkische Chef, wirklich aufzulösen. Also weg damit, was heißt das eigentlich? Die Menschen und Mitglieder, Mitarbeiter, ordentlich behandeln, sie in die Prozessgestaltung und in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Und Anfang so 2000 kann man sich vielleicht in dem türkischen Kontext vorstellen, mit den damaligen Osmanen war das nicht so einfach. Den ersten Workshop gesehen haben wir dann mit dem Fabrikteam, damals mit der, wie hieß es, FIW, die Abkürzung war, Fabrik Istanbul, Wäschepflege, auf dem Uluda gemacht. Uluda, einer sehr hoher Berg in der Türkei, in der Nähe von Bursa, 2543 Meter hoch, im Sommer. Da war es kalt, und es war richtig kalt, sodass wir im Grunde noch Pullover in dem Hotel nachkaufen mussten. Am Ende dieses Workshops, Azo war auch mit dabei. Der war nicht nur erfolgreich, sondern wir haben getanzt nach türkischer Musik mit Verkleidung und alle Mitarbeiter waren erstaunt, dass der Coach und der Geschäftsführer, Geschäftsführer, der neu kam, hier mit auf der Tanzfläche nach türkischer Musik getanzt haben. Ich werde es nie vergessen sehen und du hast es auch geschafft, hier alle mitzunehmen und last but not least, du warst nicht alleine, es war immer, und hier steht ein Teil des ÖZPA-Team, was mit für den Erfolg verantwortlich war. Es ging aber noch weiter mit der Türkei, nämlich wir haben einen GF-Workshop, also Geschäftsführer-Workshop, auf den Prinzeninseln durchgeführt. Die waren total alles skeptisch, also zwei deutsche Kollegen und zwei türkische. Es ging um Organisation, es ging um Prozesse. Last but not least, wir waren in Summe zu fünft mit dir und im Workshop hat bisher noch investiert, wie er so ist. Wir müssen eigentlich hier noch den Organisationsprojektleiter einfliegen lassen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir auf die Prinzeninseln gefahren sind, hat Hüseyin mit den beiden türkischen Kollegen erst mal sprechen müssen. Die waren überhaupt nicht begeistert von der Idee, mit uns einen Workshop zu machen. Es waren Ronny und Özcan und last but not least, am Ende, als wir zurückgefahren sind, waren sie nicht nur begeistert, sondern haben all die Themen mit aufgegriffen, die auch du mit eingebracht hast. Eine echte Geschäftsführer-Team-Bildung, die wir mit dir zu verdanken hatten. Last but not least, ich wechselte den Standort von der Türkei wieder nach Deutschland. Also unsere Geschichte ist irgendwo sehr eng miteinander verwoben und du hast in vielen Bereichen geholfen. Du hast eine Organisationsentwicklung in dem Berliner Standort der BSH, die Bosch-Maschinen entwickelt haben, mit uns durchgeführt. Diese Organisationsentwicklung oder die Organisation hat bis zum Jahr 2018 Bestand gehabt. Viel zu lang. Sie hat auch dazu geführt, dass das Führungsteam damals auf einem neues Niveau hat zusammenarbeiten können. Wir haben sogar in Spanien integriert. Last but not least, hast du auch geholfen, bei dem Thema Berliner Fabrik zu schließen. Viele Diskurse, die wir geführt haben, eine wirklich schöne Zusammenarbeit über viele Jahre. Und last but not least, auch in dieser Zusammenarbeit aus Berlin heraus, bist du nach China gekommen. In China war ein Führungsteam, was die Chinesen behandelt hat. Ich kann es gar nicht beschreiben. Für einen Mitarbeiter, der zu spät gekommen ist, wurden einfach mal im Gehalt 100 R&B abgezogen, nur weil er einen Tag zu spät gekommen ist. Und Hüssing hat es geschafft, ein Führungsteam neu zu etablieren mit der kompletten Mannschaft und auch eine Doktorarbeit über diese Arbeit zu schreiben. Erfolgreich. Ich wäre so häufig Professor. Und wenn ich das so sagen darf, diese Fabrik ist heute weiterhin in dem Portfolio der Wäschepflegefabriken der BSH die beste, die agilste, die inzwischen nur noch von Chinesen geführt wird, aber im Sinne praktisch des Unternehmens. Es gab auch einen Wechsel meinerseits nach Schwaben. Und in der Türke in Schwaben kann man sich ungefähr vorstellen, dass das nicht so einfach war. Wir haben auch dort, wenn man meine Bereichskollegen dazu animiert, einfach auch hier mal zu überlegen, wie wollen wir eigentlich praktisch diesen Bereich führen. Sie haben sich darauf eingelassen. Zwei nicht einfache Kollegen, aber du hast es auch hier geschafft, mit deiner Expertise alle mitzunehmen und auch die Veränderung herbeizuführen. Mein persönlich schwierigster Wechsel war zu Weiland, den du in zweifacher Form begleitet hast. Einmal für mich persönlich, wie ich aus einer durchaus interessanten beruflichen Krise wieder rauskomme. Aber dort haben wir mit Barbara auch mit dem Wetzlar-Team den besten Open Space gemacht, den wir je veranstaltet haben, gemeinsam, nämlich mit 300 nicht nur Entwicklern und Einkäufern in der Zeche Zollhaus. Und alle sind am Ende begeistert wieder rausgekommen. Hüseyin, du bist schon lange für mich Freund geworden und nicht nur geschäftlich, sondern du hast mir wirklich auch immer ehrlich und offen Hilfestellung gegeben an einem persönlich wesentlichen Scheideweg. Dafür möchte ich dir heute und hier nochmal recht herzlich danken. Du zeigtest dir deine Stärken, die ich sehr schätze, nämlich du kannst zuhören, messerscharf analysieren, im Systemkontext, wie du immer gerne sagst, auch im persönlich-psychologischen Bereich. Du challengst ziemlich hart, was vielleicht sogar untertrieben ist. Und was mir noch einstellt, viele Code-Checks von Projektleitern und Fabrikleitern am Ende waren alle dankbar, haben sie weitergebracht, die Intervention haben sie angenommen, was deinem Charakter zu verdanken ist. Und schließlich, ich glaube, ohne die Nummer 1 im Team, nämlich, ich habe Barbara mal ausgemacht als Nummer 1, wer gar nichts gelernt hat und die ganze Esra-Mannschaft auch nicht. Ich glaube, dafür gilt es einfach auch, das waren am Ende mit dir mehr als 25 Jahre, so vermute ich, Danke zu sagen. Und eine letzte Unterstützung, auch Intervention war in einem Kontext, nämlich in Israel, wo wir ein Start-up-Kooperation hatten, mein Background, um das vielleicht auch zu sagen, ich habe einen, sagen wir mal, nicht direkt jüdischen Background, aber mein Großvater ist Jude gewesen und Hüseyin hat eigentlich immer gesagt, ich müsste offener damit umgehen und Israel war an so einem Punkt diesbezüglich offener damit umzugehen und auch mal nach Yerba Shem zu gehen. Auch hier hast du es geschafft, diese verrückten Israelis einzufangen, dass am Ende ein Geschäft draus geworden ist. Bisschen Danke dafür nochmal und am Ende, ganz ehrlich, habe ich nicht rausbekommen, bist du nur Türke, bist du Deutscher, bist du Schweizer, am Ende ein Wandler zwischen den Kulturen und für mich bist du und bleibst du ein ganz lieber Freund.